Hoch und direkt wieder hier rein. Es ist jetzt nur über eine bestimmte Zeit. Ich denke mal, es war nur für einmal. Also... Jetzt muss ich dir ja erstmal... Wo gehst du lang? Also der wandert nur nach oben, nach unten, oder? Nee, der geht auch noch... Oder geht der einfach nur im Kreis? Nee, da dreht ihr wieder. Aha, okay. Ah, jetzt muss ich das andere... Aha, natürlich. Macht Sinn. So. Da habe ich jetzt alle Münzen. Jetzt muss ich den einen Schalter wieder anmachen. Da muss man ja sogar ein bisschen nachdenken. Also ein ganz bisschen. So. Und der steht da jetzt rum, oder was? Der da oben? Ah, der guckt nur nach links und nach rechts. Okay. Also nach links und nach... Öben. Ich muss das verstehen hier. Ich muss mal gerade hier den Checkpoint... Kontrollpunkt. Geh nochmal zurück und guck mir das mal hier an. Warum? Toll, jetzt seh ich den nicht. Warum kann man da hoch? Okay. Okay. Achso, die gucken jetzt einfach nur... Boah, da hat man ja nur ganz, ganz kurze Zeit. Ich würde sagen, gehen wir einfach da rechts rum, oder? Ich würde schon wieder einlaufen. Da ist eine Münze. Da hinten ist auch noch eine Münze. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also ich schätze mal, berühren dürfen wir die auch nicht. Ich gucke jetzt erstmal, ob da links noch irgendwas ist. Nee. Okay, wenn der jetzt gleich an mir vorbei ist, dann renne ich direkt nach rechts. Geheimnis. Okay, dann hätten wir schon mal ein Geheimnis gefunden. Es gab ja auch 65 Münzen. Meine ich, mich dran zu erinnern. Das ist mein Vampi! Gut, dann können wir das Level hier wieder verlassen. Na, wo ist der Ausgang? Da! Du drehst dich aber nach links, ne? Ja, danke. Krankenwagen. Ich würde sagen, mach mal erstmal einen Kreis, ne? Erst mal den Kreis. Das ist doch jetzt mal ein Kischen. Das ist dann, wenn wirüss hier machen. Ich lass das mal so schon mal ein bisschen machen da müsste ich dann noch mal von der linken seite da ist auch noch ein schalter da ist auch noch ein ach du scheiße alles aufmachen was geht ist das kacke du drehst dich aber bitte rechts rum oder links rum und du siehst mich nicht das auch okay so jetzt den kreis durch das ist schön 63 oh da sind die letzten beiden münzen geil endlich mal wieder level komplett abgeschlossen so jetzt müssen wir noch mal auf das dreieck doch auf das dreieck müssen wir dafür müssen wir den kreis noch mal aufmachen so etwas muss ich weiß es nicht so so ich glaube es hätte auch gereicht wenn wir einfach das quadrat aufgemacht hätten aber egal hätte ich hier nicht noch mal komplett nach hause nach hause vor allem zurück laufen müssen so so und kreis wieder aufmachen so dann können wir uns jetzt das letzte äh 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 eigentlich das gehe ich nur nicht ein das risiko so die letzte münze können wir uns holen plack und da warte ich jetzt bis sie zurückkommt bahn frei Lama kommt schnell da hinten hin jay und wir haben diesmal wirklich alles 65 von 65 münzen und ein geheimnis die goldene münze und das vampy gerne speichern gerne so dann müssten wir ja jetzt im tag dschungel kapitel 2 sein oder ne dschungeltag entschuldigung entschuldigung ich glaube das ist das level ich glaube das ist das level aber was steht heute zur auswahl die steuerung die macht mich noch ne nimm das nimm das a wat jo nimm das was ach komm ey was steht heute zur auswahl Kann man die nur mit diesen Trauben töten? Das ist doch voll dumm. Endlich, ey. Schlimm. So, da dürfen wir auf jeden Fall nicht rein. Das wissen wir ja schon. So, und die machen wir auch noch. Kapurtski. Ich kann hier nicht so gut die Entfernung irgendwie abschätzen. Also, wann man diese Attacke anwenden kann. Was steht heute zur Auswahl? Was ist das denn? Ein Krokodil! Alles klar. Und da ist ein Wampi. Wie kommen wir denn da hin? Du kommst aber nicht hier hin, oder? Du kannst nicht hier hoch. Wuh. Ich hab da Spielkarten kaputt... Ah! Dankeschön! Ich dachte schon, ich hätt's kaputt gemacht. So, was ist mit dir? Hm. Kann man nicht... Nimm das! Boah, geil! Ja, wie man auch immer da oben hinkommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe das Krokodil getötet. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Nee, da kommen wir nicht hin. Aber! Guck mal! Opi! Guck mal! Aua! Aua! Die Pfeile auf dem Boden zeigen auf geheime Plätze, weißt du? Was für geheime Pfeile? Was für Pfeile? Sind das Pfeile? Das da? Ich... Ja, aber wie komme ich denn da hin? Es sieht so aus, als ob... Oder ist hier auch so ein Ding? Das könnten ja schon Pfeile sein, ne? Nicht zu nahm! Au. Au. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann.